Wir gehen heute zu einer Baustelle, wo wir mit den Radleisten vorgefahren sind. Ich würde mal sagen, lassen wir uns doch mal dahin fahren. So, wir sind jetzt auch an der Beispiele angekommen. Und ich würde sagen, der LKW, der parkt hier. So, und dann sperren wir auch direkt ab. So, dann wird auch die Baustelle abgesperrt. So, und dann holen wir noch vielleicht den einen oder anderen Bus. So, Leute, wir sind jetzt hier mitten hier schon mal beim Weg. Babam, fahrt ihr mit dem Kasten mal bitte? Danke. So, und wenn ich jetzt hier mal den jetzt auskippe, kommen 5 Liter immer plus. Ich würde sagen, wir brauchen wahrscheinlich nochmal so einen krassen Anhänger. Also, wir können da noch einen anderen ankippen. Anhänger weiß ich jetzt noch nicht so, aber können wir vielleicht mal machen. So, mein Anhänger ist voll und dann leeren wir ihn direkt mal aus. So, dann sind wir auch an unserem Spot und können ausladen. Wir haben 42K plus gemacht. Ist voll okay, für das, dass wir eigentlich heute einen anderen Auftrag haben und dafür auch nochmal Geld bekommen. Ist eigentlich super. Und jetzt fahren wir dann nochmal wieder zurück. So, der ganze Dreckhaufen ist weg, aber wir müssen jetzt noch vielleicht ein paar Häuser kaufen, dass es hier nicht so leer ist. Und dann nehmen wir einfach ein einfaches Bauernhaus, wenn es eins doch noch gibt. Ja, hier, für 3.000 ein komplettes Haus hier stehen. Ist ein guter Preis. So, dann müssen wir es noch gescheit unten drehen. Und dann ein bisschen hier in der Ecke eins hinstellen. So, ist halt auch wie man es stört. Also hier so. Dann direkt daneben noch eins. Hier, äh, hier. Und dann passt es auch. Da ist es auch viel wirklich schon gewohnt. Da können wir das dann auch hier weg machen. Und dann kann man hier dann auch wieder rumfahren. Alles gut. So, Leute. Das, was jetzt mit mir los ist, hat euch gefallen. Lasst gerne positive Videos an den Abonnenkanal. Und tschüss.